Halten Sie die Augen offen. Mich beunruhigen gewisse Zustände an der St. Niklas Schule. Schulischer Art? Das war keine Aufforderung zum Ratespiel, Schwester Raymond. Junge! Komm hier hoch. Der Drache ist hungrig. Und eins, zwei, drei. Es sind neue Zeiten, Schwester. Die Kirche muss sich ändern. Vater Flynn hat Donald Miller in sein Büro gerufen. Was hat sich dort abgespielt? Nichts. Ich habe mich nur mit ihm unterhalten. Worüber? Eine private Angelegenheit. Der Junge ist zwölf. Was kann da privat sein? Sie haben nicht den geringsten Beweis. Nicht den geringsten. Aber ich habe meine Gewissheit. Ich kann Sie bekämpfen. Sie werden verlieren. Wieso behaupten Sie so etwas, wenn Sie es nicht mal sicher wissen? Die Kinder auf der Schule können ihn nicht leiden. Nur ein Mensch ist gut zu ihm, dieser Priester. Sie halten den Fortschritt bewusst fern von dieser Pfarrerei. Was suchen Sie an dieser Schule? Sie wollen einem die Menschlichkeit austreiben. Sie reden dir ein, das Licht in deinem Herzen sei eine Schwäche. Glauben Sie es ihnen nicht. Sie können einfach nicht leiden. Deswegen sind Sie der Überzeugung, dass was Schreckliches passiert ist. Na sowas. Sie haben ein Licht auf dem Gewissen. Was haben Sie gehört? Was haben Sie gesehen? Dass Sie derart überzeugt sein können. Das glaube ich nicht. Vater Flynn hat nichts Unrechtes getan. Sie wollen doch nur, dass sich alles im Wohlgefallen auflöst, damit wieder Ruhe einkehrt. Zweifel kann ein ebenso starkes Band sein wie Gewissheit. Ich werfe Ihren Sohn aus der Schule. Sie benutzen meinen Sohn für Ihre Zwecke. Sie haben kein Recht, im Alleingang zu handeln. Dazu haben Sie kein Recht. Ich werde tun, was getan werden muss. Das sollte Ihnen klar sein. Denn sonst verkennen Sie mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017